Dann schlage ich vor, dass Sie heute Abend ins Metropolitanmuseum gehen. Hmm, da hätte ich noch. Sieglichen Umgang mit Polis-Marschall, Dan. Wenn Sie wissen, dass Sie zum Management gehören, dann können Sie Ihre Vorschriften selbst machen. Ich sorge dafür, dass Ihre Schicht übernommen wird. Oha! Da hätte ich mir noch einen Daumen, irgendwie. Hallo. Was ist passiert? Du kannst doch noch so mit dem Schritt, oder? Ja, aber wenn ich das mit Chris beende. Was ist denn beenden? Das ist ja nicht böse, Süße, aber was für ein Planetenlegste denn? Du checkst es nicht. Bis jetzt checkt es alle nicht. Er hat etwas, was die am...